Einer der Übungen, die im Moment sehr gut in Seminaren, in Vorträgen ankommt, ist die Übung, wie man sich die Ministerien von Deutschland lernt. Da gibt es ja 14 Ministerien. Es gibt noch das Kanzleramt und die Kanzlerin oder der Kanzler, je nachdem. Also wenn Sie von der deutschen Bundespolitik so ein Gruppenbild sehen, da sind in der Regel diese 16 Menschen drauf. Die Frage, die ich natürlich manchmal auch stelle, ist, warum bringe ich das Menschen überhaupt ein? Wieso sollten die jetzt die Ministerien von Deutschland kennen? Das ist eigentlich schon eine berechtigte Frage, aber es gibt auch eine gescheite Antwort dazu. Weil immer dann, wenn Schüler etwas beherrschen, wenn die sagen, ich kenne mich jetzt in den Ministerien immerhin schon so weit aus, dass ich weiss, was gibt es denn für welche, dann finden die auch das Thema spannend. Das ging bei mir bei Fussball so, wenn ich mich so erinnere, vor sieben, acht, neun Jahren, da hatte ich von Fussball überhaupt keine Ahnung und habe dann 2006 in Deutschland, als die Weltmeisterschaft war, begonnen, mich mit Fussball insofern zu beschäftigen, dass ich mal die 23 Spiele der deutschen Nationalmannschaft damals auswendig lernte. Also sowas wie Podolski 20 und 22 Davide Donko oder Schweinsteiger 7 oder 8 Thorsten Frings, der im Moment gerade bei Werder Bremen spielt, hat er aber in Werder Bremen die 22. Also ich habe plötzlich begonnen zu merken, wenn ich jetzt schon etwas kann über Fussball, mein Gehirn fokussiert dann auf Fussball. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mir gemerkt habe, an welchem Jahr war denn wer Weltmeister. Wenn Sie mich fragen, wer war 1950 in Fussball-Weltmeisterschaften, werde ich Ihnen sagen, das ist klar, Brasilien wurde geschlagen von Nubai und damals saß ja Pele im Zuschauerraum. Das habe ich mir auch noch gemerkt, dass der 58 gegen, glaube ich, Schweden gespielt hat, im Finale gewonnen und 62 gegen Tschechoslowakei und 70 gegen Italien. Also ich habe wirklich über Fussball jetzt ein gewisses Verständnis, basierend auf dieser ursprünglichen Idee, ich kann mal die 23 Nationalmannschaftsspieler der Deutschen. Und genauso das will ich auslösen, wenn ich die Ministerien bei einem Schüler installiere im Kopf als Datennetzwerk, dann kann ich mir halt mehr merken über Politik. Also wenn ich alle Staaten von Afrika kann, kann ich mir mehr merken, was passiert denn da drüben? Ich habe mal eine Studie von einem Kollegen, kann ich nicht sagen, Professor Waal, der war an einem Vortrag, in einer Vortragsserie, auch im Sprechen, der hat dann eine Studie mal präsentiert, die eindeutig zeigte, der Hauptgrund, warum wir uns gut was merken können, ist Vorwissen. Ich kann die neue Information verknüpfen. Und deshalb jetzt mal die 14 Ministerien, just for fun. Wir nehmen zum Beispiel die Körperliste und beginnen dann, indem wir uns vielleicht auf dem Schuh ein Bild von der Frau Merkel vorstellen. Oder wenn ich nachts in eine dunkle Gasse gehe, werde ich vielleicht angegriffen, dann kann ich mich doch verteidigen. Und jetzt ist er auf dem Knie, Verteidigungsministerium. Also Merkel und Verteidigungsministerium sind in dem Moment. Merkel, später dann vielleicht mal was anderes. Ich sehe in meine Hosentasche rein und ziehe die nach außen, ist das Außenministerium. Also dieses Gefühl von nach außen kommen, Außenministerium. Oder wenn ich zum Beispiel noch in Gedankenwindeln tragen würde, so winken, wie kleines Baby, da kann ich mich ja entwickeln, Entwicklungsministerium. Oder ich gucke in den Bauchnabel rein, das Innenministerium. Und wenn ich dann vielleicht an Brust und kleine Kinder und Familie denke, bin ich beim Familienministerium. Oder hier habe ich vielleicht eine Gartenwirtschaft mit Bänken und Gläser, das Wirtschaftsministerium. Das Geld hängt mir schon mal in den Bauch zum Hals raus. Finanzministerium. Ich drehe den Finger ums Gesicht. Umweltministerium. Hier habe ich vielleicht einen Acker und einen Bauernhof. Landwirtschaftsministerium. Und von diesen 16 haben wir jetzt mal 10. Und ich empfehle auch immer nach 10 Mal zu gucken, was hält schon. So nach dem Motto, wenn ich von diesen 10 jetzt dann alle kennen werde, dann freue ich mich auch noch den Rest zu lernen. Gucke ich meine Schuhe und dann natürlich die Frau Merkel gleich Kanzler oder Kanzler. Und hier sehe ich auf dem Kniff Verteidigung mit dem Aussenministerium. Hinten waren die Windel wegen Entwicklungsministerium und Innenministerium. Familie, Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Landwirtschaft. Jetzt machen Sie mal, ich spreche nur noch ganz leise mit. Mal schauen, ob Sie selber können. Das war hier. Genau. Landwirtschaft, Umwelt, Finanzen, Arbeit, Familie, Innenministerium. Entwicklung, außen, auf dem Knie, Verteidigung, auf dem Schuh, Merkel. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Tafel anschaue hinter mir, ich nehme jetzt mal diesen Raum, auch wenn der kaum zu sehen sein wird, es wird trotzdem funktionieren, dann ist diese Tafel für mich ein Arbeitshilfsmittel, somit Arbeitsministerium. Und wenn ich dann so ein Verteidigung brauche, zum Beispiel zum Scheiben, ist das vielleicht so ein blauer Judogürtel, Justizministerium. Und in der Ecke da drüben, da stehen vielleicht ein Arzt und eine Krankenschwester oder ein Spital. Das ist Gesundheitsministerium auf diesem kleinen Sideboard. Hier ist eine Strasse für das Verkehrsministerium. Hier hängt ein schönes Bild, was Sie wahrscheinlich nicht sehen, also ist jetzt das Bildungsministerium. Und die Türe, die da rausgeht, die führt direkt zum Kanzleramt Berlin. Und jetzt können wir bereits mal testen, kriegen Sie die 16 hin und wir machen es nochmal miteinander. Bei den Schuhen war Kanzler, Kanzlerin, Kanzlerin, Kanzlerin. Und jetzt können Sie bereits mal testen, kriegen Sie die 16 hin, Verteidigung, Aussen, Entwicklung, Innen, Familie, Wirtschaft, Finanzen, Umwelt, Landwirtschaft, Arbeit, Justiz, Gesundheit, Verkehr, Bildung, Kanzleramt. Vorschlag, aufschreiben, kurz den Computer anhalten, dann wieder zurückkommen, dann lernen wir noch ein paar Namen der Kanzlerin und Kanzler dazu, äh, der Kanzlerin, der Ministerinnen und Minister dazu. Also geht's los, schnell üben, dann wieder zurück. Schön. Nehmen wir mal an, Sie sind beim Baden in der Badewanne, haben Sie ein wenig Schaum im Bauchnabel, ich bin jetzt 2008, der Innenminister heisst Schäuble. Also das Bild Schaum und Schäuble sind akustisch so nahe, funktioniert, oder wenn Sie militär sind, dann sind Sie vielleicht tendenziell eher jung, dann heisst im Moment der Minister für Verteidigung jung. Und wenn Sie hier die Steinbrücke haben, ist das der Herr Steinbrück, der Finanzen macht, ich esse mit einer Gabel-Gabriel ist Umweltminister, hier ist ein Seehofer, Landwirtschaft, oder vielleicht Ihre Familienministerin im Moment, hat gerade sieben Kinder, das kann ja kein Profi sein, sage ich immer. Wenn das ein Profi wäre, wäre es schwierig, es muss ein Laie sein, darum, heisst ja von der Laie, dann wird schon mal richtig gelacht im Saal. Es soll auch so sein, dieses Kalauen, um dann ernsthafte Lernstoffe zu lernen. Sie können sich vielleicht auch noch an genau die Schulstunden vor 30 Jahren erinnern, wo der Lehrer wirklich mal der sparenischen Schweizerdeutsch schalb gemacht hat, also Spass gemacht hat, verulgt hat, mit der ernsthaften Absicht, es zu verankern. Und somit können Sie jetzt natürlich diese Punkte auch angucken, sehen nicht nur vielleicht jetzt Verteidigungsministerium, sondern auch noch den Herrn Franz-Josef Jung. Oder wenn Sie hier ein Jüngerhaier haben, dann Edelstein, ist das Steinmeier, können Sie auch kaum noch mit Steinbrück verwechseln. Steinmeier Außenminister, Steinbrück in dem Moment Finanzminister. So, das war's. Viel Vergnügen. Das können Sie natürlich jetzt spassishalb mit allem machen, was Sie wollen. Nehmen Sie doch irgendwelche politischen Netzwerke, die spannend sind und lernen Sie die einfach mal so aushalten und stellen Sie vor allem fest, was passiert in drei Wochen, wenn Sie dann das Gefühl kriegen, oi, da wird automatisch dazugelernt, wenn Sie der Zeitung was lesen, weil Ihr Gehirn ein Netzwerk hat, das bereitsteht, unverknüpft zu werden.